Also unsere Aufgabe als diejenigen, die den Raum gestalten, ist eben dieses Warm Bodies Behind Cold Screens immer wieder im Blick zu haben, zu verlangsamen und eine Lebendigkeit reinzubringen. Und das ist diese Simultanität, das war auch in den Aufzeichnungen, die wir mit Kies zusammen gemacht hatten, Data Hitting You, das verdaulich und zugänglich zu halten. Was würdest du sagen? Gibt es noch mehr? Ich würde auch immer davon ausgehen, dass wir Diversität, was den Erfahrungshintergrund im virtuellen Miteinanderarbeiten angeht, dass die Diversität sehr hoch ist. Und dass wir gut beraten sind darauf, bewusst jetzt auch das Design nochmal anzugucken.